Slavia Prag, die im Achtelfinale warten, ein Gegner, der mit Vorsicht zu genießen ist, auf dem er sich vor allem wie vorbereitet? Ja, wir haben nach der Auslosung sofort auch unseren Scout nach Tschechien geschickt, der zwei Spiele beobachtet hat. In der Live-Analyse haben natürlich auch die Videos dann bekommen, sowohl von den internationalen Spielen als auch von den nationalen. Wir haben, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, wissen, dass es eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist, speziell in Prag, ein Hexenkessel bei Slavia. Wir wollen aber trotzdem alles daran setzen, dass wir eine gute Leistung bringen und vor allem eine gute Ausgangsposition für das Heimspiel dann. Slavia Prag hat vor allem im 16. Finale der Conference League für Napači Istanbul zweimal drei Tore gemacht. Das bedeutet, die sind offensiv auch gut bestückt. Das heißt, die Marschroute sieht vielleicht im Auswärtsspiel aus defensiv gut stehen und auf Konter lauern. Oder kann sich der Lars durchaus aus dem Fenster lehren und sagen, spielerisch sind wir stark genug? Ja, wie angesprochen. Also ich denke, dass die Mannschaft extreme Robustheit hat, viel Speed, gute Lösungen im Ballbesitz. Da wird es zum einen darum gehen, dass wir verhindern, dass der Gegner strukturiert von hinten raus spielt. Das heißt, dass wir gut gegen den Ball arbeiten, intensiv gegen den Ball arbeiten und dann unsere Umschaltmomente, so wie in den letzten Wochen, nicht nur für Tore Chancen, sondern eben auch für Tore nutzen. Auf der anderen Seite, so wie schon angesprochen, eine robuste Mannschaft, auch gegen den Ball, sehr mannorientiert. Das heißt, da wird es auch darum gehen, gute Lösungen im Ballbesitz zu finden, mit viel Bewegung, mit vielen tiefen Läufen und dem Gegner wehzutun. Das heißt, da wird es auch darum gehen, gute Lösungen im Ballbesitz zu finden.